Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts Zuhause backen mit Emma Magians. In meiner letzten Folge ging es um das Thema die Grundlagen des Brotbackens, vom Mehl bis zum perfekten Teig. Dabei gab es einige Fragen dazu, welches Mehl ich denn verwende und was die Unterschiede zu den verschiedenen Mahlgraden sind. Heute werde ich daher genau hierzu etwas erzählen und wünsche euch nun viel Spaß beim Zuhören. In erster Linie bezeichnet man das als Mehl, was beim Mahlen von Getreidekörnern als Pulver entsteht. Die bekanntesten Mehle werden aus Weizen, Dinkel, Roggen, Emmer, Einkorn, Hafer, Gerste, Mais, Hirse oder Reis gewonnen. Weichweizen, Hartweizen, Emmer und Einkorn sind alles Weizenarten, wobei Einkorn zur ältesten Kulturweizenart gehört, ein großes Coming-Back hat und ich werde euch da natürlich auch gerne demnächst etwas hier mal zeigen. Für viele Menschen ist Weizen ein Grundnahrungsmittel und findet auch in der Tiermast Verwendung. Dabei kommt es in letzter Zeit häufiger in Verruf, da es sehr hochgezüchtet ist. Der Hartweizen wird zum Beispiel als Hartweizengrieß für Teigwaren genutzt. Einige verzichten jedoch darauf, aus Angst vor den Kalorien und Kohlenhydraten. Zur Herstellung von Broten sind vor allem die Mehle aus Weichweizen, Hartweizen, Dinkel, Roggen, Emmer und Einkorn geeignet, wobei jede Mehlsorte wieder eigene Eigenschaften hat, die man beachten muss. Auch sogenanntes Pseudogetreide wie Buchweizen, Quinoa, Hülsenfrüchte wie Bohnen, Erbsen und Kichererbsen und Kartoffeln werden zum Mehl verarbeitet. Meistens verwenden wir Mehl, um damit Back- und Teigwaren herzustellen. Und laut Wikipedia können aus 100 Kilogramm Mehl 3.000 bis 4.000 Brötchen hergestellt werden. Ich mache ja meistens aus so 500 Gramm Mehl 8 Brötchen. Hochgerechnet sind es jetzt bei mir lediglich 1600 Stück. Ich vermute also, dass es sich hierbei um die industriellen Mengen handelt. Und wir wissen ja, dass hier sehr viel mit Chemie und irgendwelchen Lebensmittelzusatzstoffen gearbeitet wird, wodurch das dann natürlich ein bisschen aufgeplustert wird. Wenn ich spitzfindig wäre, würde ich sagen, die 3.000 bis 4.000 industriell hergestellten Brötchen machen so satt wie die 1600 selbstgebackenen. Aber sei es drum. Nun haben einige von euch sicherlich schon von der sogenannten Teigausbeute gehört. Abgekürzt TA. Das gibt an, in welchem Verhältnis das Mehl mit Wasser vermengt wird. Je höher die Teigausbeute ist, umso weicher wird der Teig, da der Wasseranteil entsprechend höher ist. Je niedriger, umso fester ist dann auch der Teig. Und umgerechnet wird es so. Die TA, also die Teigausbeute, ist gleich die Teigmenge mal 100 geteilt durch die Mehlmenge. Habt ihr zum Beispiel 1 Kilogramm Mehl und 500 Milliliter Wasser, dann sieht die Rechnung so aus. 1,5, also Mehl plus Wasser, mal 100 geteilt durch 1, also 1 Kilogramm Mehlmenge. Das sind gleich 150. Und da muss man einfach ein bisschen Erfahrung mitbringen. Das ist auch nicht immer wichtig. Ihr seht ja auch immer in meinen Rezepten, wie die Teige sich verhalten. Und wenn ihr da noch ein bisschen Unterstützung braucht, lasst es mich gerne einmal wissen. Nun gibt es bei der Teigausbeute dann aber auch noch so Begriffe wie Netto und Brutto. Die Netto-Teigausbeute beinhaltet dabei lediglich die Mehle, die zugesetzte Flüssigkeit, wie Wasser, Milch, Hefewasser, aber auch Schrot. Und die Brutto-Teigausbeute ist so ähnlich wie beim Gehalt. In dem Fall umfasst sie jedoch alle Zutaten, die im Teig enthalten sind. Das sind dann zum Beispiel auch Saaten, Körner oder auch Gemüsemus. Und wenn ihr euer Mehl, um wieder zu dem Mehl zu kommen, sachgerecht lagern möchtet, dann am besten bei unter 20 Grad Celsius und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von unter 65 Prozent. Helle Mehle halten sich dann ungefähr ein Jahr lang, dunklere Mehle allerdings nur 6 bis 8 Monate. Vollkornmehle haben sogar nur eine Haltbarkeit von 6 bis 8 Wochen, bevor sie sich von der Qualität her verschlechtern. Das liegt einfach daran, dass das Fett in den enthaltenen Keimlingen und Schalen ranzig wird. Und auch nochmal wichtig zu wissen, für alle, die ihr Mehl selber mahlen. Es ist so, dass ihr diese Mehle am besten nochmal so ein bis zwei Wochen ruhen lasst, bevor ihr sie dann verbackt. Ich kenne aber auch viele Bäcker, die es trotzdem direkt benutzen und das dann nicht negativ ist. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, wie das bei euch ist, wenn ihr selber malt, ob ihr es direkt verwendet oder tatsächlich die ein bis zwei Wochen abwartet. Das würde mich tatsächlich sehr mal interessieren. Kennt ihr übrigens Cookie Dough? Das ist etwas, was eins unserer Kinder richtig liebt. Das ist roher Teig, der unbedenklich gegessen werden kann. Wie schon gesagt, eins unserer Kinder liebt ihn wirklich sehr. Und das geht deswegen, dass man diesen rohen Keksteig, was es ja eigentlich nur ist, roh essen kann, ohne da Bauchschmerzen von zu bekommen, weil das Mehl vorher erhitzt wird. Wenn ihr das selber zu Hause macht, müsst ihr bitte aber sehr aufpassen, denn das Mehl bzw. der Mehlstaub, der sich mit der Luft verbindet, ist hochentzündlich. Wie gesagt, solltet ihr dies selber zu Hause machen, passt bitte gut auf, wenn ihr das reine Mehl im Backofen erhitzt. Dabei ist übrigens jeglicher brennbarer Staub, der sich mit Luft vermischt, explosiv. Wusstet ihr, dass in der norddeutschen Stadt Bremen 1979 in der ganz bekannten Rolandmühle die bisher größte Mehlstaub-Explosion im deutschsprachigen Raum stattfand? Der Sachschaden belief sich damals auf 100 Millionen Deutsche Mark und es starben dabei 14 Menschen, 17 wurden verletzt. Und damit das nicht wieder passiert, immer gut aufpassen. Kommen wir einmal kurz beim Mehl zu dem Gluten. Das ist ein Protein, ein sogenanntes Klebereiweiß, das in Getreide wie zum Beispiel Weizen, Dinkel, Roggen, Gerstemmer, Einkorn, Kamut, Bulgur und weiteren Getreidearten vorkommt. Es besteht aus Proteinen, Lipiden und Kohlenhydraten. Es sorgt beim Backen für einen geschmeidigen Teig und ist ein natürliches Bindemittel. Und ihr braucht auch dieses Gemisch, wenn ihr selber Seitan machen möchtet. Für einige Menschen kann es jedoch gesundheitliche Unverträglichkeiten geben, wenn sie Mehle mit Gluten verzehren. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich immer wieder eine Rückmeldung von euch bekomme, immer mehr und immer häufiger, dass viele Menschen, die dann selber backen mit der selbst hergestellten Hefe keine Unverträglichkeiten mehr haben. Deswegen, wenn ihr keine vom Arzt bestätigte Zöliakie habt, probiert das vorsichtig einmal auf. Bei dieser Glutenunverträglichkeit, wie gesagt, spricht man von Zöliakie, so nennt sich das. Und manchmal ist es, wie gesagt, so, dass Menschen denken, die kein Gebäck vertragen, dass sie an dieser Krankheit leiden. Tatsächlich treten viel häufiger aber Lebensmittelunverträglichkeiten auf, die durch die Zusatzstoffe kommen, die im Gebäck sind. Häufig ist es auch so, dass irgendwas auf der Verpackung steht und die Unverträglichkeiten von etwas kommen, die nicht deklariert werden müssen, weil sie dann angeblich nicht mehr da sind. Also da bitte unbedingt mal gucken und darauf achten, ob ihr das habt, wenn ihr selber backt oder nur, wenn ihr was Industrielles zu euch nehmt. Und da auch die industrielle Hefe chemisch aufgearbeitet wird, stelle ich diese tatsächlich viel lieber selber her, um meiner Familie und mir Gutes zu tun. Und es ist auch total einfach. Wie ihr eure Hefe selber herstellt, das seht ihr auf meinen Kanälen. Schaut da doch gerne mal rein unter Emma Backt oder Emma Magians. Hefewasser, kleines Stichwort. Ist wirklich super einfach und so lecker. Nun, warum ist denn dieses Gluten so wichtig für die Backwaren? Also, mischt ihr Mehl mit Wasser. Dann sorgt es für die klebrige Teigstruktur. Dabei wird ein Netz gebildet, das die Flüssigkeit und die Gase der Hefe innerhalb des Gebäcks hält. Das habe ich euch ja beim letzten Podcast schon mal erklärt. So ein bisschen mit kindlicher Umschreibung. Und je sorgfältiger ihr es knetet, umso gleichmäßiger wird dieses Netz. Und da haben wir dann noch etwas, was dann bei dem glutenfreien Mehl das Problem ist. Dieses Gluten fehlt diesem Mehl. Das heißt, wenn ihr hiermit backt, habt ihr ein ganz anderes Ergebnis. Also ihr werdet niemals diese fluffigen Ergebnisse kriegen, wenn ihr glutenfrei backt. Aber auch hier gibt es Mittel und Wege. Wenn ihr daran Interesse habt, lasst es mich gerne mal wissen. Nun kennt viele von euch auch noch die Typenbezeichnungen, die auf den Mehlverpackungen stehen. Manche denken, je niedriger die Nummer ist, umso feiner ist das Mehl. Tatsächlich geht es aber bei diesen Nummern um den Mineralstoffgehalt, den das Mehl hat. Und das rechnet man folgendermaßen aus. Das Mehl wird bei hoher Temperatur verbrannt. Übrig bleibt dann die Asche. Und diese entspricht dem Mineralgehalt des Mehls. Wenn ein Weizenmehl also die Typbezeichnung 550 hat, sind bei 100 Gramm Mehl nach dem Verbrennen 550 Milligramm Asche zurückgeblieben. Dabei könnt ihr auch davon ausgehen, je heller das Mehl, desto weniger Mineralstoffe sind darin enthalten. Die meisten Mineralstoffe sind nämlich in den Schalen der Kerne drin. Und die Kerne, die fast nur aus Kohlenhydraten bestehen, werden davon getrennt. Dabei müsst ihr aber bedenken, dass Mehl, das in der Sonne steht, auch ausbleichen kann. Aber im Idealfall lagert ihr es, wie vorhin schon beschrieben, ideal bei unter 20 Grad und mit einer Luftfeuchte von unter 65. So, Prozent. Und übrigens bei den hellen Mehlen mit niedriger Typzahl, das ist auch Auszugsmehl genannt, werden die Randschichten des Korns und der Keimling entfernt. Das heißt, dann ist nur noch der Mehlkörper übrig, der dann vermahlen wird. Wird dann wieder ein Teil der Randschicht hinzugefügt, wird zum Malen, dann entsteht so ein sogenanntes Teilauszugsmehl. Weil wir haben ja das Auszugsmehl, das helle Mehl. Und ein bisschen wird wieder zurückgegeben, also Teilauszugsmehl, vielleicht kann man sich das so besser merken. Vollkornmehle enthalten im Übrigen inzwischen 1700 und 1800 Milligramm Mineralstoffe pro 100 Gramm Mehl. Sie sind gesünder und machen länger satt. Allerdings geht Gebäck aus Vollkorn im Vergleich zu einem Vorzugsmehl weniger gut auf. Es geht aber auf. Habe ich euch ja schon ein paar Rezepte dazu gezeigt. Wie gesagt, schaut mal auf dem Kanal vorbei. Und wichtig ist auch, wenn ihr Vollkornmehle verwendet, kann es sein, dass ihr die Flüssigkeit noch ein bisschen erhöhen müsst. Denn die brauchen einfach ein bisschen mehr. Als Faustformel gilt hier ungefähr 10 bis 20 Prozent mehr laut Rezept. Außer natürlich im Rezept steht alles mit Vollkornmehl. Dann natürlich nicht. Gegebenenfalls isst auch mehr Backtriebmittel wie Sauerteig, Hefewasser und oder Lievito Matre von Döden. Dann das Verbreiteste aller Haushaltsmehle ist und bleibt einfach das Weizenmehl. Das liegt vor allem durch die Hochzüchtung dieses Getreides, was sehr gute Erträge einbringt. Hatte ich ja vorhin kurz mal angesprochen. Und es hat einfach sehr gute Backeigenschaften. Dabei ist es auch noch neutral im Geschmack. Und es gibt die Mehltypen 405, 550, 812, ist eher unbekannter hier bei uns in Deutschland. Dann das 1050er und das Vollkornmehl. Ihr könnt Rezepte mit Weizenmehl problemlos mit Dinkelmehl austauschen und umgekehrt. Das liegt daran, dass sie ähnliche Backeigenschaften haben. Allerdings werden Teige mit Dinkelmehl kürzer geknetet. Statt wie beim Weizen 10 bis 15, dann nur noch 5 bis 8 Minuten. Das liegt daran, dass es ein schwächeres Glutengerüst hat. Ähnlich auch wie beim Roggenmehl. Und außerdem kann dieser Dinkelwasser schlecht an sich binden. Aus diesem Grund eignen sich generell, aber vor allem bei Dinkelteige, Vorteige, vor allem die Brühstücke, die ich oben schon mal erwähnt hatte. Und auch die Zusammenarbeit mit Sauerteig beziehungsweise dem italienischen Pendant, dem Lievito Matre. Und beim Dinkelmehl gibt es die Typenbezeichnungen 630, 812, 1050 und natürlich auch das Vollkornmehl. So. Es ist ein wenig teurer. Das liegt aber einfach daran, dass der Ertrag nicht so hoch wie beim Weizen ist. Aber ich weiß, dass viele von meinen Zuschauern hiermit total gerne backen. Deswegen, falls ihr da noch mehr Rezepte haben wollt, lasst es mich gerne wissen. Prinzipiell, wie gesagt, lassen sich Dinkel- und Weizenmehl in Rezepten ganz einfach beim Backen austauschen oder auch mischen. Und viele von euch haben auch schon von Emmer- und Einkornmehl gehört. Das sind alte Sorten und eine Unterart des Weizens, den wir so kennen. Sie benutzen einen hohen Anteil an Nährstoffen und Mineralien. Und auch diese Mehle lassen sich in Rezepten mit Weizen aber auch Dinkelmehl ersetzen. Beim Austauschen von Mehlen kann es aber immer einmal vorkommen, dass man mit der Flüssigkeitszufuhr nachjustieren muss. Zu guter Letzt kommt nun das Roggenmehl. Es ist ein beliebtes Mehl für Sauerteig und Mischbrote, die auch Graubrote genannt werden. Und hier gibt es die Typenbezeichnungen 610-815-997-1150-1370- sowie Vollkornmehl. Es weist einen hohen Anteil sekundärer Pflanzenstoffe auf. Es ist dunkler und von der Farbe her so grau-braun. Es ist im Geschmack wesentlich würziger, als es zum Beispiel beim Weizenmehl der Fall ist. Und damit mit Roggenmehl gebacken werden kann, sind lange Gehzeiten und vor allem aber eine Säuerung des Teiges notwendig. Wichtig ist auch zu wissen, mit Roggenmehl kenne ich kein Gebäck, was ihr süß backen könnt. Also das ist tatsächlich einfach nur für deftige Rezepte. Und nun gibt es ja auch glutenfreie Mehle, wie zum Beispiel die aus dem Pseudogetreide. Doch warum vertragen einige nur diese? Es handelt sich hierbei um die Krankheitszöliakie, die ich ja vorhin schon mal angesprochen habe. Dabei schädigt das Gluten im Mehl die Schleimhaut des dünnen Darms, was dann zu Entzündungen und Verdauungsproblemen führt. Wenn ihr glutenfrei backen möchtet oder müsst, ist es am besten mit einer Mehlmischung zu arbeiten. Dabei ist ein optimales Verhältnis zwei Teile glutenfreies Mehl und ein Teil Stärke. Es gibt zwar auch solche Mischungen zu kaufen, ihr könnt sie aber auch einfach und günstiger zu Hause selber mischen. Wie oben schon erwähnt, dient das Gluten im Mehl dazu, den Teig beim Backen zu binden und zu stärken. Und ihr werdet also leider nicht die gleichen Ergebnisse beim Gebäck erhalten, wie mit dem Mehl mit Gluten. Aber den finde ich, es ist eine tolle Alternative und stellt eine Ergänzung dar, auch wenn man nicht an einer Zöliakie leidet und ich habe bisher auch gute Ergebnisse erzielt, wenn ich zum Beispiel ein Quellstück mit Flohsam-Schein hinzugegeben habe. So und zum Schluss erzähle ich euch noch, was viele von euch wissen wollten, nämlich, welche Sorten ich gerne verwende. Tatsächlich nutze ich am häufigsten Weizenmehl 405er, 550er sowie Dinkelmehl 630er und Roggenmehl 997er. Also die hellen Mehle hiervon. Doch auch die Vollkornvarianten nutze ich sehr gerne von jeder Sorte. Für Pizza und Focaccia beispielsweise liebe ich das typisch italienische Pizzamehl mit der Doppel-Null. Das ist einfach perfekt dafür. Aber es gibt so viele tolle weitere Sorten, die ich euch demnächst auch immer wieder weiter präsentieren werde. Ruchmehl, Urgetreide und vieles mehr werdet ihr bald auf meinem Kanal entdecken können. Es gibt hier wirklich noch viel zu staunen und auch zum Ausprobieren. Das waren jetzt eine Menge Informationen, ich weiß, aber ich hoffe, dass euch dieser Ausflug in die Welt der Mehlsorten ein wenig inspiriert und aufgeklärt hat. Experimentiert in eurer Backstube, probiert verschiedene Mehlsorten aus und entdeckt, wie sie eure Backkreationen beeinflussen können. Bis zum nächsten Mal. Habt ihr Lust auf mehr bekommen? Na, dann folgt mir, damit ihr keine neuen Folgen mehr verpasst. Und wenn es euch gefällt, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung. Wir hören uns bald wieder. Liebe Grüße, eure Emma.